Ich bin nur bei Enkel. Ja, ja, Enkel? Okay. Nee, ich hab auch noch Zeit. Muss nicht sein. Aber Patricia will eh keine Kinder. Von daher. Das war in ihrem Alter genauso. Ich hab immer gesagt, die will ganz viele Skierer haben, aber keine Bladen. Ja, und was hast du jetzt ganz viele Bladen? Ist ja eigentlich ideal. Ja. 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 Ja.